Hahahaha Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde PropHunt Oh ne, eher Gerry Smart gesagt PropHunt Wir starten mit Props und Ja, ich habe ein richtig geiles Versteck Da kommt niemand drauf Ich stehe hinter so einem Büro Bist du das? Wo bist du denn, Lukas? Hey, wie ist so kon... Ich bin tot Meinst du das ernst? Nein Das ist kann ich Wir sind doch erst beim Kapitel 11 im Kammer Sutra Willst du nicht die Schubkarre ausprobieren Oder den Sprung vom Ofen Oder die chinesische Knöscher Alter Das war grusig Alarm Alarm Es ist dein Schnitzes Geile Sound Weißt du, Kleiner, man muss einfach mal Nein sagen können Halt du das ernst? Nein Alter, geil Boah, hab ich immer Glück Ich habe auch immer Glück Also wer ist der Pro? Ich bin der Pro Bist eine Bierflasche Ich bin auch eine Bierflasche Bist du neben mir? Nein Ich bin tot Ich bin tot Weil ich irgendwie rumgepackt habe Ich bin auch tot Hä, ist das die Zeitung? Die daneben Klo liegt? Was? Ist das die Zeitung, die daneben Klo liegt oder was? Hier liegt die Zeitung neben Klo Das ist das Toilettenpapier Schade Ja, der hat auch die ganze Zeit die Stunde gemacht Ja, ja Schade, schade, schade Schokolade Schau mal, schau mal, Leute Ja, unnötig, das Propp anzuwählen Okay, kurzer Schnitt So, so, dann sind wir wieder Warte auf Das ist meine Schöpfung, Kitty Ja, du kommst Also, beliebter Platz für Props und alles ist immer Ja, der Badewanne I will feed you And I will kill you I'm coming for you Äh, ist das, das Sofa? Oh Oh Hahaha Alter Alter Der ganze Raum brennt Yo, Idiot Alter, Scheiße Alter Das ist schnell, die Woche Okay, ich schneide das Ganze einmal mal und kurz Bis gleich So, da sind wir wieder Geht's weiter hier Geht weiter Geht weiter So, hier ist eine Bierflasche Da Oh, eine Bierflasche Oh, fuck, falscher Raum Ne, ich geh wieder zufried zum anderen Platz Nee, ich geh wieder zufried zum anderen Platz Also, so zum Beispiel Gut Er hat wieder das Sofa hochgedrängt Also es ist unwahrscheinlich, dass das so voll nicht getroffen wird. Also sehr unwahrscheinlich. Ja. Mom! Mami! Nein! Mami! Mami! Mama! Scheiße. Mama! 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 Alter, halt die Schnauze! Mama! Mama! Du bist doch wahnsinnig, du kannst mich doch nicht so erschrecken, oder? Alter, halt die Schnauze! Mama! 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 Please come again! Fuck! Ich hab nichts gesehen! Ha-ha! Shut up, bitches! Shut up, bitches! Yes! Please come again! Wo ist denn du? Warum tust du denn so weit in die ganze Zeit? Du weißt zu kleiner, man muss einfach mal Nein sagen können. Hast du das ernst? Du musst so drei ausschalten. Glaubst du, du schaffst das? Wow! Alter, was denn das passiert? Hey, die Lampert! So, so nahm ein Täter wie du. Die Lampert gebrannt. Naja, egal. Oh, da, ich hab' ein Floh-Hug for you! What the fuck? Sie sind so hässlich, sie könnten glatten heißen. Kunstwerke sagen. Oh, wie könntest du überlebig doch denn? Ähm, ja. Juhu! Nägel! Ach man, ich dachte das... Wie unwahrscheinlich! Deine macht mich nervös! Du bist der Letzte! Sag mir das nicht, ich bin ne alter Letzte! Du bist der Weinflasche! Du bist der Weinflasche! Du bist der Weinflasche! Du bist der Weinflasche! Fuck der! Der erste Weinflasche hinter dem Ding, alter! Alter, ne! Ich war doch nie dahinten gekillt! Wie kommt das? Was von total? Was von total? Ich hab' ein Glas von Dreck! Ich hab' ein Glas von Dreck! Ich hab' ein Glas von Dreck! Guck mal, was da drin ist! Ja, Dreck! Guck ein, guck ein! Jetzt hat er nicht gesehen! Nee! Er weiß immer noch nicht, wo der Toner kommt! Aber man sieht deine... Okay! Bist du wahnsinnig! Du kannst mich doch nicht zu erschrecken! Das soll ich schon mal das gerade, oder? Ich verstecke mich im Endlosen... Ich hab' ein Glas von Dreck! 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 Aber das mit Carmen war noch am geilsten. Was? Was? Ich bin verzauberter Pular! Ich weiß zu klein, man muss einfach mal nein sagen können. Hatte das Teil. die Kappel Bienchen da hat noch mal nur kurz hat die Olo hat fast er hat um ich glaube wir machen heute mal 20 Minuten wir werden aber ich habe das Projekt ja das Vertreter ich weiß ja und wie kann die Props nur zu geilen können und macht die Schärfte die hat das machen zum beispiel ich finde dich und werde dich dann hä ist das normal da war was da war doch was das war ich ich hab ein glas vor dreher hekt ich hab ein glas vor dreher hekt ich bin für dich BOOM BITCH und ich fasse dich wieder wo ist der Commissioner wer will der mich verarschen fuck man wo ist der ah da geht doch nein da ist er nicht hä wo war der wo ist der hin genau von meiner Nase hast du die tasse ja die hatten hausverträger die ob es nach unten bei überwissen ich habe es nicht ich halte das ist so eine bierflasche ich weiß nicht wo sie ist wir müssen alle Flaschen austrinken nein, die ist irgendwo in einer Bierflasche und hat sich hier irgendwo versteckt gefunden habe ich sie ja schon, sie läuft hier gerade durch die Gegend irgendwo Leeroy Nege dahinter ist sie wo ist sie? du scheiß Penner wo ist sie? hier, da hinter uns irgendwo ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie irgendwo hey, hier war sie doch hast du sie gefunden? die ist nicht mehr da, die schätze ich mal im anderen Raum wir wissen es jetzt, dass es ja eine Flasche ist eine kleine dreckige Flasche hast du sie? nein nein scheiße ne Wieso? Äh, sie ist hier Hier hinter, oder was? Ja, du guckst mal hier, ich guck mal bei einem anderen Raum Oh! Hast du sie gefunden? Nö Ich glaub, die ist hinter dem Sofa Da war sie Wo war sie? Ich krieg die nicht Die ist hinter der Tür Nein, ich hab sie getroffen Ich hab sie getroffen Oh man, also als Flasche ist es sehr, sehr leicht Hoppla Hoppla I'm coming for you Wirst du das so? Ja, ich bin nicht Das war ich gerade Ich hab sie hier Ich bin nicht Wurah Wut 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 Ey, wie er einfach uns überflogen hat. Scheiße, jetzt haben wir ein langes Hammer. Oh, fuck! Boah, wie geil! Was da alles abging, das musst du in meiner Aufnahme sehen. Scheiße! Oh, halt die Schnurze, bitte! Du machst selber mit! Oh, scheiße! Endlich, hab aufgehört! Ich hab'n Glas voll Reck! Nein, ich schon! Fängt's denn schon wieder an! Hahaha! Ich brauch' erstmal das entsprechende Content für die Sache! Alter! ETR, was machen wir da? Wir sind die letzten! Gleich bei! Die ganze Zeit! Fakt! Da findet uns nicht! Das findet uns nicht! Der uns hochgejagt und kentiert! weg so habe er verloren ich weiß nicht voll hochgegangen ich bin optimistisch nicht präzifisch kann okay ich bin richtig optimist naja dann machen wir diese Runde noch und dann war es das zuerst nur die letzte Runde war die richtig geile Runde also da muss man das muss ich an ich mach da noch mal props was ah nix genau bei der mann bei der mann bei der mann bei der mann bei der bei der bei der 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 denn ich ja zweck war das der näher er ist dabei dieser Tag mit Hochschild auch das schon wieder ich hasse diese Karte das ist gemein nachdem er prägt in dich ob man muss bei dem einen YouTuber schnell in den Kommentaren schreiben wo er ist ok hat funktioniert das ging aber schnell ich kann mich auf Steam enden ich bin die Volt und auch nicht zwei Leben noch einer davon muss eine Tasse sein die hängt auch hier gerade fest also ich höre da im Nebenraum auf jeden Fall was und ich habe mich immer noch ich habe ich habe auch ein Gefühl wo er sein könnte er sei hier auf jeden Fall eine Tasse die 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 unsere die 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 ская auch ja okay das war schon von meiner Seite und von Lukas Seite sicherlich ja das war bei der Städte die Runde zu erinnern und zwar wenn die Röpfung wurde was man die machen noch fertig die Tasse machen die Runde noch fertig wir alle so welcher Seite ältspänt ein der Städte die Flasche ich bin aber eine Flasche der Alarm der Buhlmärcher die Runde noch zu haben 9 das war es erwischt an hoch die vorhanden der war nicht ich bin die Tasse die jetzt springt ich sehe das nicht so genau Alter das ist scheiße BAM ich bin die ja das ist gut attacke ja 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 da alter m m Run, two, hurry, go, 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 go! Hey, 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 hey. FLASHTAI! F**k! Scheiße, er macht mit dem Crossbow. Weißt du Kleiner, man muss einfach mal Nein sagen können. Nein. Also hör auf. Ich mach doch gar nichts. Ok. Ich hab' ich shameful. Ich binจutig von 2,5 Jahren. Ich hab' ich gefehlt. Das ist so geil, tschüss. Ich bin grad voll abwesend... Und so ein Tag. Scheiße. Okay, dann sehen wir uns dann mal beim nächsten Part hier. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr hier was anderes wollt als Propanther. Denn wir können ja auch TTT oder eine Runde Mörder aufnehmen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Bei dir. Bis dann. Bis dann.